Es waren einmal ein paar Kammerjäger. Okay. Natürlich. Die Welt steht am Abgrund. Die Stunde der Verzweiflung ist gekommen. Entweder wir kämpfen hier und jetzt, oder wir sterben. Also... Würfel die Initiative aus! Inni was? Die bestimmt, wer zuerst angreift. Ich klopp die Inni-Dings. Was geht ab? Ich hab nicht aufgepasst. Komm, Tina, nochmal von vorn. Willkommen, edle Fräulein, zu eurer ersten Sitzung des cooltesten Spiels der Welt. Bunkers und Badasses. Als Bunkermeisterin führe ich euch durch eine fantastische Geschichte und... Moment, warum spielen wir hier Kinderspiele? Ach, weißt du, ich dachte, Schnauze, Mordi! Tina? Aber sie hat recht. Schnauze. Wenn eure Kammerjäger-Freunde unten diesen Hyperion-Spitzel weichklopfen, dachte ich, wir spielen was. Also wählt eure Spielfiguren. Es gibt den Micromancer, den Kommando, die Sirene. Sirene? Die nehm ich! Meine Sirene heißt Brick und die ist super hübsch! Warum fangen wir nicht einfach an und regeln das später? Mädchen, du weißt doch, wir müssen noch auf Roland warten. Na, du? Tina, Roland. Du weißt doch, dass er nicht kommt, oder? Er ist nicht mehr da. Der hat sich bestimmt bloß verspätet. Aber gut, fangen wir an. Also, würfel die Initiative aus! Ihr kommt zu den Docks von Flame Rock Refuge. War mal ein richtig nettes Fleckchen hier, bevor der Handsome Hexe alles verwüstet hat. Ich schlage vor, wir gehen in die Stadt und schauen uns um. Warte mal. Aber das wollen wir jetzt nicht spielen, oder was? Mir egal, oder? Ich schlage vor, wir gehen in die Stadt und schauen uns um.